Vom Campingplatz Fineta ging es weiter zum Limski Kanal. Er trägt in Istrien auch den Namen Limbucht oder Limfjord. Am Ufer des Fjords sind wegen des geringen Salzgehalts und der hohen Sauerstoffkonzentration des Brackwassers mehrere Fisch- und Muschelzuchten angesiedelt. Dort werden neben Austern auch Venusmuscheln geerntet. Im Restaurant Viking kann man frische und gute Muscheln essen, auch die Fisch- und Fleischgerichte sind sehr gut. Leider darf man dort nur parken und nicht campen, was wir natürlich verstehen können und auch respektieren. Wir sehen uns jetzt in der nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020